Was geht ab, ihr Zocker? Heute spielen wir mal etwas oder eine Marke, die jeder kennt. Wir spielen heute Pokémon Unite und ich habe mir natürlich den Partner ausgesucht, den OG, schlechthin. Ja, und hier seht ihr auch schon meinen Partner für diese Runde. Es wäre besser, wenn man wirklich mit Pokémon Rot und Blau angefangen hat und... Du hast einen kleinen Penis. Halt deine Fresse, Glurak! Ist auf jeden Fall egal. Bevor Glurak uns jetzt interrupted hat, wir haben Rot-Blau gespielt und das ist wohl das Pokémon schlechthin. Wohl das ikonischste aus der ersten Generation, würde ich fast sogar schon behaupten. Und wir beide legen jetzt auch schon los. Das IP ist immer noch klein. Halt deine verdammte kleine Fresse, du kleines... Okay, Glumanda, Angriff. Glumanda, was denkst du? Wir sind doch Freunde, oder? Du bist mein bester Freund. Ja, oh, danke. Das ist ja schön. Komm, schnapp dir das kleine Vieh. Bäm, Glut. Geht gut, verpiss dich. Alter, der klaut nur Punkte. Ah, ja, Junge, zeig dir den heißen Atem. Ich bin froh, dass ich das nicht machen muss, weil... Ich sag mal nicht, wie das bei mir enden würde. Eisbecher. Ja, ungefähr so. Oh, Lucario. Komm, Glumanda. Oh, fuck, da ist noch Pantymos. Bäm. Da ist eine kleine Glut. Schafax, weg da. Was labert der da? Das ist gar kein Schafax, stehe ich gerade fest. So, weiterentwickeln. Oh, hot, 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 hot. Ja, komm schön in meine Glut. Dann verhabe ich euch für die nächste Milchschnitte. Oh, wie sah es warm. Warm, drin. Trank nehmen. Haben wir. Und danke. Oh, Glutexo, was geht? Alles das, was meine hat, Bruder. Ja, jetzt sind wir cool miteinander, hä, Bro? Lass sie uns abflämmen, Bruder. Oh, fuck. Oh, fuck, 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 fuck. Das ist nicht gut. Rein, rein, rein. Renn, Glutexo. Renn. Rein, 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 rein. Rein, rein. Puh. Oh. Okay, jetzt haben wir Flammenwurf. Hätte ich auch vorher nehmen können, aber... Wir müssen uns wieder beeindrucken, hä? Kommt her. Alarm, Alarm. Defending, oh, Glutexo. Nicht, dass du das automatisch machst. Na gut, waren wir noch alleine, ne? Feuer. Schönen Trank nehmen. Ja, kommt her. Auch zu viert seid ihr mir nicht gewachsen. Ich kann nicht danken, Alter. Au. Scheiß Rasierblatt. Jetzt traust du dich nicht mehr, hä? Ja, stoppi dir. Ja, guter Gank, mein Kleiner. Haha, Flamethrower. Schön in die Glute und er ist weg. Oh, fuck, fuck, fuck. Ich wurde von Lucario vermöbelt. Zum Schluss. Okay, weiter geht's. Warum gibt's das in diesem Spiel so Schläfer? Und warum gewinnen wir überhaupt? Schön traurig. Oh Gott, Alter. Die haben ja gar keine Ahnung. vom Game, glaube ich, gerade. Na ja, egal. Lass doch ruhig lost sein. So, dann gehen wir in den Dunk. Lass mich mal. Dunking. Ja. So muss man das machen, Junge. Ich gehe mal Pikachu unterstützen, glaube ich. K.O. Streak 3. Eine abgedragene Schuld an der Gesellschaft später. Oh, jetzt geht's los. Na, bist du ja, Glurak. Und freust du dich, mich zu sehen? Du hast einen kleinen Penis. Halt deine Fresse. So ist das also, wenn man immer groß wird, hä? Typisch, ey. Dann werden die älter, werden die frech. Oh, schöner Dunk. Und Feuer. Komm, die squeaken wir weg. Brenn. Und Dunking. Double Dunk. Dann gehe ich mal auf die Solo-Lane hier oben. Oh, Junge, wir schicken die so auf die Ersatzbank. Das ist schon nicht mehr schön. Naja, gut. Ach, Pikachu spielt endlich mal mit. Wollen wir kacken, hä? Da ist ein Rotom. Das holen wir uns direkt mal. Oh, fuck. Mit wie war ich mich wieder da angelegt? Unite Move. Komm, wir machen das gegen die. Komm, hol ihn dir. Was ist los, hä? Was ist los? Guck mal hier. Ich fliege, Rotom. Nein, ich bin wieder. Was ist denn los? Warum ist der so aggressiv? Wieder ein Pokémon. Komm schon mal. Flammenwurf. Oh, komm her. Kampf der Ausdauer. Rotom haben wir. Schön, wir die Defense gehen. We just want one of the Earth Zones. Perfekt. Komm her, Lucario, Alter. Rotom hilft mir schon. Na, du kannst mir nichts mehr machen hier. Ja, das kriege ich. Flamethrower Plus. Ja, dann gib mir den nochmal. Feuerbläst. Okay, Rotom. Stubble done. Lamus, hä? Und er ist weg. Chaos-Streak von drei. Die haben wir einfach aufgegeben. Erste Runde, die wurden weggesweeped. Oh, zwölf auf der oberen Lane. Drittbester Scorer im Team. 8 zu 1, hä? Eigentlich gar nicht mal so schlecht. Irgendwann später. Ach, wir waren das schon, Glurak, oder? Du hast einen kleinen Bonus. Warum tust du mir das an? Ich fühle mich so gemein und gemobbt. Alter, rege ich mich gerade hier auf und heule wie ein Kinderspiel? Geht ja gar nicht. Alles super, 2, 3, 17. Geiler Name. Komm, hopplo. Wir sind Team Double Feuerattacke. Warum werde ich in meinen Spielen immer gedisst? Das ist doch nicht wahr. Erstmal grinden hier. Komm, komm, komm. Brennen wir, brennen. Komm, ist doch heiß. Denk mal K.O. Okay. K.O. Machen. Ich helfe dir, Bisasam. Oh nein. Da war der Sweep. Au. Au. Können heilen. Ja, weiter, weiter, weiter. Bisasam kommt ja jetzt gleich. Noch einen Trank nehmen. Das hat gut getan, ne? Und du beleidigst mich immer, wenn du OO-et oben bist. Stell dich nicht so an. Kein Grund zu heulen. Och, du Scheiße. Ein paar Sekunden später. Nein! Was hat mich verprügelt? Relaxo, Hopplo und Pikachu. Alles klar. Komm her, Relaxo, Alter. Die brennen wir ab. Werd gleich zu Glutexo. Hey, was ist denn? Oder auch nicht. Gut gemacht, Bisasam. Oh, oh. Der ist ein bisschen hochgelevelt. Autsch. Oh, wir haben ein Goal gemacht. Perfekt. Jawohl, jetzt sind wir Glutexo. Komm, ich hau denen jetzt mal eine rein. Ich hab da irgendwie Bock drauf. Wo seid ihr? Da. Falcon Punch. Immobilize. Aua. Au. Nein, der hat gedankt. Fuck, der hat gedankt. Nein! Scheiße. Hab ich das Pikachu geholt. Mit dir bin ich noch nicht fertig. Hörst du? Falcon Punch. Äh, Fire Punch. Ja, brennen, Bruder. So, dann danken wir mal. So muss das sein. Was macht der denn da? Hier schneide ich aber den Weg ab, Pikachu. Jawohl. Die Bärlohe. Gut gemacht, Relaxo. Aua. Ah, der kriegt Schaden. Perfekt. Nehmen wir einfach mal mit. Komm, Relaxo, mach ihn fertig. Haben wir. Perfekt. Level up. Jetzt geht's los. Renn weiter. Renn weiter. Gut, jetzt ist unser Bruder wieder da. Mh, brennen. Ah, shit. Here we go again. Ja, geh ruhig weg. Dann kann ich danken in Ruhe. Du hast einen kleinen Pobles. Wer weiß, was ich vorhabe. Das ist das Problem. Danke. Los, Relaxo. Double dunk. Alles gut mit seinem Bauch. Oh, Einer? Ist das dein Ernst? Los, Feuersturm. Alter, es geht richtig ab hier. Ja, schön. Das ist die Bärlo. Das wird nix machen. Brenn schön. Uah. Dann danken wir mal. Los geht's. Uah. So skort man, Junge. Mh, mh, mh. Ich hab dich. Und Dunking. Jetzt in den Flug. Feuer. Wie brennt. Jeder wird den fliegenden Drachen geholt. Wie bei Smaug. Da kennt ihr eigentlich so die Smaug. So in verschiedenen Sprachen. Da würde mir nur eine Sache zu einfallen. Genau der jetzt. Schön brennen. Auch du kannst dich nicht gegen vier Attacken bewähren. Gleichzeitig Relaxo. Ah, Bisofunk. Den brauchen wir. Komm her, Elvis. Das ist der Elvis-Büffel. Seht ihr mal. Ja, komm schon rein. So, da kommt Rotom wieder. Den holen wir uns jetzt. Zwölf Sekunden später. Fire Punch. Mach weiter. Komm, komm, komm. Komm, direkt Unite-Move. Da hab ich gar keinen Bock drauf. Komm, Relaxo. Kämpf gegen den Flammendrachen, hä? Komm, Rotom. Hol ihn dir. Ich brenne alles nieder. Genau. So, jetzt müssen wir gleich einen starken Dunking machen. Legen wir los. Uah. Gut gemacht, Glurak. Ach, bist du schon wieder da? Hat dir die Klatsche nicht gereicht, oder was? Brennen. Was macht der? Würdest du mich verarschen? Hallo? Würdest du mich verarschen? Ich bin hinter dem. Dann hau ich mich mal K.O. Hallo, Liberlo. Ich hau dich auch K.O. Mit deinem Fußball, Junge. Oh, Fireblast Plus. Und jetzt gehen wir in den Dunk. Funk. Uah. Gut gemacht, Junge. Hier erstmal brennen. Danke. Wir brauchen mehr Pokébälle. Oh, ich hab Fireblast nicht geupgradet. Was ist denn mit mir los? Eine Minute 50. Final Match. Uah. Einfach mal gescored. Ach gut, du stehst also auf Unite Moves, ja? Dann kriegst du jetzt mal einen, der sich gewaschen hat. Hier, komm. Hey, du kleine Feuerratte. Traust du dich immer noch? Oh, jetzt nicht mehr, hä? Geben wir uns schön den Buff. Komm, Biso-Funk. Komm, Elvis. Er ist weg. Okay, haben wir. Jetzt gehen wir in den Dunk rüber. Und ich batte zu scoren. Ich will ja scoren. Jetzt score ich. 92. Oh, ich glaube, das tut weh. Oh, warte, warte, warte. Ich bin geblattet. Ah, nein. Da hat er mich zum Schluss noch bekommen. Alter, wir haben die ganze Lane von denen gecleared. Das gibt's ja nicht. Die haben ja gar nichts mehr. Das tut schon weh. 20 Minuten später. Super Jump. Wuh. Du musst noch einmal fliegen, ja? Ach, halt's Maul. Alter, stimmt doch gar nicht. Oh, aber relaxo. Gegrillt, Alter. Richtig gut. Au. Also, ich muss schon sagen, das war ein reicher Sweep. Der hat sich echt gelohnt, ey. So, die Gegner haben wir auf jeden Fall aus dem Leben geradet. Und richtig geswappt. Also, das waren schon richtig viele Punkte. Wenn euch das Video gefallen hat, gerne abonnieren, liken, um keine weiteren Videos hier mehr zu verpassen. Ich sag dann jetzt noch Tschüss. Bis dann. Jetzt gibt's noch Rockmusik. Und ihr habt noch viel Spaß beim Zocken.